Hallo, liebe Untertag. Wir haben uns heute hier versammelt, weil ich mal wieder die Steuern erhöhen muss. Warum? Wenn mein Meister ein Befehl gibt, dann habt ihr Untertanen. Widerstandslos zu Gehorchen! Ansonsten bedingungslose Folter! Widerstandslos zu Gehorchen! Nein! Das kann ich nicht! Skull! Nein! Nimm das Amulett! Ewige Verfallung! So kann das nicht weitergehen. Wir müssen irgendwas tun. Jetzt wurde Niklas auch noch mitgenommen. Was sollen wir machen? Ein Aufstand. Zusammen können wir das schaffen. Und wie? Wir haben eine Rebellentruppe gefunden. Was? Wer wagt es sich, dem König Gume, dem Großen zu widersetzen? Gunnar von der Wiese. Bringt mir diesen Bastard! Da sind sie! Los, los, los! Oh, nee! Weg! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Keine falsche Bewegung! Seel, du weckst dich! Sag mir, wer deine Leute sind. Du gehörst der Band! Nein! 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 Scheiße, er hat das Amulett mitgenommen. Wo bin ich? Bring mich bitte zurück. Wieso klappt diese Scheiße nicht? Wieso klappt das nicht? Guck mal, das ist ein Jubiläer. Jetzt reingehen. Ah, Kundschaft. Wofür interessiert ihr euch denn? Die Edelsteine sind schön, die Kette aber auch. Das Amulett sieht schön aus. Ja, das Amulett hier, könnt ihr euch das noch mal genauer angucken. Das kostet 1.005 Euro. So viel? Wir haben aber nur 10. Okay, Deal. Aber dafür müsst ihr was für mich erleben. Und das wäre? Ich komme eigentlich aus dem Mittelalter. Hast du zu viel Bier getrunken? Nee, wieso? Ich kann es euch beweisen. Eine halbe Stunde haben wir, da müssen wir zu Hause sein. Gut, dann müssen wir uns jetzt einmal alle anpassen. Ey, Walter, wir fliegen jetzt ins Mittelalter. Hex, Hex. Endlich wieder, du alte Haube. Krass. Ah, da ist das Schloss. Ich hab eine Idee, aber ich muss erst mal was überprüfen. Okay, hab hier Netz. Was seid ihr denn für Vögel? Wir sind keine Vögel. Wir sind ganz normale Menschen. Das ist das Leben, das wir für abschauen. Schnappt ihr euch. Und jetzt bin ich König. Was macht ihr jetzt so? Nach Hause. Endlich sind wir wieder zurück. Ich hab's geschafft. Und was machen wir jetzt mit dem Amulett? Wir können es als Schmuckstück benutzen. Das Amulett hat schon so viel Unheil angerichtet. Wir müssen es vernichten. Und wie? Müssen wir so wirklich vergraben? Ja, 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 ja. Der Zwar ist frei. Ja, 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 ja. Und wie für ein Dase? Ja, das war jetzt. Also li esto auch an.